Hallo und herzlich willkommen zurück beim Kashi, da sind wir wieder mit Und guten Evo An einem Tag, wo mir wieder alles auf den Sack geht Ah, die Menschen nerven mich nur Schrecklich irgendwie Wo bin ich? Ein schönes Ding Was ist denn jetzt unsere Aufgabe? Ah, okay, zu einem ist zurückkehren Sie müssen springen, Miss Jade Okay Jetzt bin ich gesprungen Ja, okay Seltsamer Typ Heute ist einfach so ein Tag Heute will ich einfach nur meine Ruhe Und immer wenn ich meine Ruhe haben möchte Wow, dann geht es richtig ab mit den Nachrichten Und dann noch Videos, Links und Leute Das ist teilweise so heftig Ich sag sogar schon, ich möchte meine Ruhe Und nein Du wirst bomben mit Scheiße, die du dir ansehen sollst Dann sind die Leute noch beleidigt, wenn du die Scheiße nicht ansehen willst Ist Paige ein Mitglied des Iris-Netzwerks? Könnte sein Frag mich nicht Ich weiß nur, wie viel er mir bedeutet hat Sieht aus, als hättest du wieder all deine grauen Zellen beisammen Wieder voll da? So langsam Aber mein Schädel bringt mich um Die haben mein Hirn gut durchgeschüttelt Für Paige Kein Ü Also heute Ich will einfach nur heute meine Ruhe haben Und deswegen auch nur mit Zocken Aber ich will Ach, ich will schon Ja Ja Ich will mal erledigt, welches da ist überhaupt toll Soll das bis hierher Also sind sie an den Wachen vorbeigekommen Äh Ich hab die Wache einfach in die Luft gejagt Okay, da ist zu, warum auch immer Du sollst andocken nicht schießen Hübsche Lady Aber am Wochenende, ne Einfach nur, nee Ah, geht er auch Ich weiß nicht Ich muss es dort drüben Ich sollte in der Lage sein, den Weg freizuhen Vor allem, wie du deinen Helm aufziehst Und ihn wieder abziehst, ohne einmal was zu tun Dann bin ich ja froh, dass ich, äh, schon eine Sicherung länderte Double H Miss Jade Dieses Ding frisst mich von innen auf Ich halte es nicht länger aus Die, die Jungs von Iris Vielleicht können sie etwas tun, um mir zu helfen Ach, er verwandelt sich langsam in ein, äh, dieser Viecher Okay, die muss ich nicht sagen, wo ich bin, oder? Aber ich hab jetzt nicht viel Zeit Aber er hat schon jetzt, äh, diesen grünen Rauch aus dem Mund gehabt, also, ja Der würde mir, ähm Ja, du kannst den Stadteingang sehen, aber der wird jetzt langsam hier so Gräsen die Viecher Zusammen einfach Der wird hier in Alpha Oh, die Zeit ist immer noch, oh Ich kann nichts sehen Wo sind sie, Miss Jade? Du lachst mir doch so, oder sind er, also Glück für dich Hoffe ich doch Ja, da steht auf Wir haben versucht, ihn und den Filmfabrik zu zerstören Propaganda Und selbst die Luft hat er immer Ich kann nichts sehen Wo sind sie, Miss Jade? Papaganda Wird er mitgespawnt, oder nicht? Nino, May, schnell, Double H ist bei mir, er braucht Hilfe Double H meldet sich zum Dienst Die Alpha-Abteilung hat Besitz von den, äh, äh, die Schuhe, die, zu Diensten May, wir müssen ihm unsere letzte Dosis geben Kannst du mich hören? Sag etwas Sein Puls wird schwächer, bereite die Injektion vor Sprich mit mir, ich bin's, May Der Freund im Aufstausch für deine Seele Der Freund im Aufstausch für deine Seele? Halt durch, es ist fast vorbei Hab ist gerettet, dank dir, Jade Ich hab nur... Er ist ein Kämpfer, er kommt durch In ein paar Wochen ist er wieder auf den Beinen Freunde, ich glaube, Jade hat uns soeben eine erstaunliche Demonstration ihrer Courage gezeigt Ottimo lavoro, piccolo Gut, nun sehen Sie mal hier Dorthin werden nicht nur die Opfer gebracht, dort befindet sich auch ihr Onkel Jade Die alten Schlachthäuser Ihr nächster Bericht Jade, dein letzter Bericht aus der Fabrik hatte eine enorme Wirkung auf die Bevölkerung Die Helianer haben uns spontan ihre Unterstützung gezeigt Wie viele Perlen kriege ich jetzt? Das ist nur eine Es wird dir sicher nützlich sein Oder alle Propaganda Ich liebe dieses Song Wollte erschaffen, das Schlimmste hat er überstanden, dank dir Aber auch jetzt nur viel Ruhe Habt ihr meine Fotos aus der Fabrik bekommen? Natürlich Sie wurden bereits kopiert und bearbeitet Du hast unglaubliche Arbeit geleistet Sei vorsichtig, Jade Jetzt bin ich um die Little Bits stolz Aber nur Little Bits Little Bits Jedes Mal, wenn ich Little Bits sage, muss ich an Rick & Morty denken Von wegen die Folge mit den Werbungen aus allen Universen Little Bits Sind die Schlachtheuser im militärischen Spellgebiet? Ja, das ganze Gebiet ist eingekreist, man kommt nicht mal in die Nähe Wenn ich du wäre, würde ich mir die Hauerkraftrennen ansehen Ich weiß, dass eine der Rennstrecken nahe an der Mauer vorbeiführt und die Schlachthäuser am Gipf Wenn das stimmt Könntest du die Rennstecke verlassen und von dort aus die Schlachthäuser gedanken Ah, okay Solltest du mal dann Oh, nochmal Keine Chance aufs Meer zu kommen Dank ihres Anti-Dom-Chinistischen-Schutz-Valz Du solltest mal Sehen, was die Rhenos für dich tun können Aber wenn sie jetzt in der Illegalität arbeiten, verkaufen sie immer noch alte Sprungkits für Hauerkraft Ahhhh Infos Wir sind schon viele Albus-Agenten von der Alfa-Abteilung gefangen worden Wir sind so vorsichtig, wie es eben geht, aber sie sind überall Wir haben seit Tagen nichts mehr von unserem Chef auf Helios gehört Der Chef auf der Helios-Truppe? Gruppe Niemand von uns kennt seine wahre Identität Wir können ihm nicht helfen, wir wissen nicht immer, wer er ist Hätte die Alfa-Abteilung die Schlachthäuser besetzt? Hätte die Alfa-Abteilung die Schlachthäuser besetzt? Davon können wir ausgehen Dort scheinen alle Bewegungen zusammen zu laufen Es wird sehr schwierig, dort hinein zu gelangen Propaganda Wir gehen jetzt mal Kerlen sammeln Das läuft immer noch wie ein Schlock im Arsch E-F-A-A-F-E Einer für alle, alle für einen Carlson und Peters, Seite 823 Jetzt kommt er wie... was? Bist du nicht halt tot? Kommst du wieder in Ordnung? Ich glaube schon Das ist das zweite Mal, dass sie mein Leben gerettet haben, Miss Jade Was ist dieses Carlson und Peters? Ist das irgendwie ein Buch? Ist das ein Lexikon oder was? Ich dachte, der Schlachthausbezirk wäre auch gesperrt, oder? Bestätigt Ich habe gehört, dass es einen Geheimgang auf der Strecke von... Rennst... Also auf der dritten Rennstrecke in der Nähe der Schlachthäuser geben soll Gleich ist es ja noch besutzbar Ich brauche ständig neue Pellen Wir müssen einen Pellendetektor kaufen Sie verkauft, sie haben einen Bummenplatz Das ist so eine gute Idee Papaganda Ich habe echt lange Weile, aber... Ja, das ähm... Alles für Iris! Alles für die Karte! Alles für die Karte! Alles für die Karte! Alles für die Karte! Einfachabteilung V-Quartier, U-Quartier Geld Schon mal gut gebrochen Hey, hey! Ich glaube, wir haben einen Weg hineingefunden, Miss Jade Ah, das ist genau mein Ding! Nein, es bewegt sich keinen Millimeter mehr Von anderen Seite Ah, oder wir haben es versaut Nochmal zurück Geht mal davon aus, dass es sich wieder zurück Das Teil Nein Ah! Vorsicht! Okay, wir treffen uns später wieder Ich muss gar nicht zurückgesetzt werden, weil ich da so durchpasse Gott, was soll ich mich hier erwarten? Oh Gott, ich vermute schlimm ist Oh Gott! Also etwas, wo ich immer wieder sterben kann! Das ist dumm, wie ich hier gerade laufe! Warum hatte ich den zweiten nicht auch noch ab? Oh Gott, wo kommt doch so ein Scheiß! Au! Also das tat jetzt wirklich weh! Carlson Petersen! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wow Gott! Zum Glück habe ich genug Leben! Oh nein! Und da ist einer... Und immer machen es dann... herrlich! Oh! Oh! Da ist ein Glas! Also, Drohnen und noch mehr und Hilfe. Scheiße, wo bin ich denn hier reingeraten? Sollte nicht sterben, wahrscheinlich. Ah, scheiße. Na, wenigstens wird hier gespeichert bzw. gequicksaved vom Spiel. Danke. Also, allzu nah ran darfst du an die Lappen wohl aber auch nicht, ne? Was ich gerade gemerkt habe. Boah, ich weiß nicht, wo ich bin, aber es ist gefährlich. Perlen, die nehmen wir gerne. 14. Hab ich ihm viergegen schon? Ich glaub schon, ja, hab ich. Gut. Oh, du bist richtig gefickt, Kashi. Oh, du bist richtig gefickt, Kashi. Oh, du bist richtig gefickt, Kashi. Nicht, dass ich jetzt hier auch Perlen vergesnappe oder so, ne? Oh, ist das fies. Oh, ist das fies. Ich werde weggeschnitzelt. Die scheiß Dinger schießen ja instant. Die scheiß Dinger schießen ja instant. NIEE. ALARM! ALARM! Was zum... Es gibt ja gleich mal hier einen... ALARM! Und dieses... Das finde ich ein bisschen lustig. Du bist so scheiße, ne? Warum bewegt sich der Schatten so seltsam? Ich bin so... Das ist ein... Zuckowski, Diddyo! W-Double-H, da sind Massen von Alphases... im untergrund von helis wir halten uns hier besser nicht lange auf das ist unfassbar wie er einfach durchlaufen kann ich da rauf nein ja aber double h läuft da einfach so durch haben wir schon ich habe schon jetzt muss ich auch mal gucken ob ich hier irgendwo ich habe keinen plan detector aber wo war das jetzt noch mal perl damals doch davon verpfällung zurück von der verpfällung 88 insgesamt 996 46 46 hattest du jetzt noch mal genau wenn ich hier noch mal da bitch zum marktplatz und das ist schon wieder so hier ming oder wong oder ja ming ming zuß will er den perlendetektor haben konto identifizierung ok er bietet uns aber noch zwei perlen an ist das fies das reicht nicht okay liebe leute wir müssen das nächste mal im plan entwickeln also wir sehen uns dann in der was war das denn ich fahre mal die musik auf wir sehen uns dann in der nächsten folge vielen dank fürs zu sehen dann sage ich mal euer kashi sagt tschüssikowski und bis zum nächsten mal tschüss